Genau jetzt, zwischen Silvester und der Fastenzeit, versuchen sehr, sehr viele Menschen eine Diät und noch mehr werden angeboten. Aber ein Tiroler Arzt behauptet jetzt ganz provokant, das stimmt alles nicht, Diät macht dick. Seit Jahrzehnten hungern die Menschen sich quasi dick. Das beobachtet der Innsbrucker Gefäßchirurg und Ernährungsberater Dr. Edgar Raschenberger ständig. Trotz der großen Menge an verschiedenen funktionierenden Diäten wird die Bevölkerung immer dicker. Sieben Jahre nach Erscheinen des ersten Buches, das ein Bestseller war, ist Edgar Raschenberger mit neuen Erkenntnissen noch einmal ans Werk gegangen. Unter dem provokanten Titel »Diät macht dick« hat er ein neues Buch herausgebracht. Schlank werden ist leicht, das haben Millionen von Menschen bereits bewiesen. Schlank bleiben hingegen ist die viel größere Herausforderung und der muss man sich stellen. »Diät macht dick«, sagen Sie, sagt Ihr neues Buch, den selben Titel hat es schon mal gegeben vor sechs oder sieben Jahren, das war ein Bestseller. Jetzt sagt man natürlich, jetzt schreibt er noch einen Bestseller, macht einen provokanten Titel. Was verbirgt sich aber dahinter? Immerhin, Sie sind Arzt, Sie sollten es wissen. Wieso? Ich habe mir über viele Jahre die Frage gestellt, warum hungern sich die Menschen dick? Wir machen so viele Diäten, wir kennen so viele Programme, wir haben so viel in den letzten Jahren erlebt und trotzdem wird die Bevölkerung immer dicker. Wir sind auf die Suche gegangen und haben irgendwie die Erkenntnis gewonnen, es muss sich um die Ganzheitlichkeit handeln. Es muss die Ganzheitlichkeit offensichtlich Grund sein, es geht nicht nur um Ernährung, es geht um viel mehr. Die Diät heißt im Fachjargon, kommt aus dem Griechischen Lebensweise und Lebensweise bedeutet für mich eine Form, wie gestalte ich meinen Tag, wie gestalte ich meinen Alltag, wie gestalten sich 24 Stunden. Und dazu gehört eben dann auch das Thema Bewegung, da gehört das Thema Entspannung, Regeneration dazu. Dazu gehört die Umfeldgestaltung, das wäre unsere vierte Säule der Gesundheit. Und letztendlich die sogenannte mentale Hygiene. Was denke ich? Wie stehe ich zu den Dingen? Bin ich imstande mit meiner Zeit gut umzugehen? Wie verhalte ich mich? Das heißt, Sie wollen eigentlich mit Ihrem Buch nur zum Denken anregen, es ist nicht der klassische Schlankmacher-Ratgeber. Diese klassische Schlankmacher-Ratgeber gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren. Daher haben wir eben einen Schritt weiter gehen versucht und eben uns zum Ziel gesetzt, dass wir diese Ursachenfindung, warum, das Warum ist entscheidend. Das Wie, sagt man in der Psychologie, macht 20 Prozent, das Warum macht 80 Prozent aus. Ganz ein wichtiger Punkt, obwohl Sie Gefäßchirurg sind, haben Sie seit fast 20 Jahren gemeinsam mit Ihrer Frau eine Ernährungsberatung in Innsbruck. Und aufgrund der Erfahrungen, die Sie dort mit Ihren Patienten machen, das letztendlich ist dann zusammengefasst worden in dem, was Sie jetzt für den Laser aufbereitet haben. Die Haupterfahrung, die Sie dabei machen, ist welche? Also wo liegt der Kernpunkt? Weil Sie haben ja viele Faktoren aufgezählt, die falsch sein können. Wir haben im Laufe der Jahre eben gesehen, die Menschen machen Programme, die in irgendeiner Art und Weise abgeschlossen sind. Das heißt, man besetzt dieses Programm mit einem Anfangs- und einem Zieldatum. Und das Zieldatum bewirkt, dass derjenige am Ende sein Programm tatsächlich beendet und wieder in den alten Trott verfällt. Also wir haben erkannt, wenn, dann muss es etwas sein, was den Rest des Lebens eine Veränderung bedeutet. Und diese Veränderung, die ist nicht möglich, indem ich jemandem sage, er darf das und das und das nicht essen und er muss das und das und das essen. Es gibt natürlich Regeln. Man soll viel Mikronährstoffe essen, man soll nicht zu viel Makronährstoffe essen, weil dort zu viele Kalorien drinnen sind. Diese Regeln natürlich sind auch erwähnt. Aber das Entscheidende ist, er muss sein Lebensprogramm ändern. Und das Lebensprogramm kann ich heute starten zu verändern. Wenn ich das in den nächsten fünf oder zehn Jahren tue, dann wird sich mit Sicherheit etwas geändert haben. Ich komme aber nochmal auf die Frage zurück. Was sind denn die hauptsächlichsten Fehler in der Lebensführung, die Sie bei Ihren Patienten festgestellt haben? Die jetzt herkommen zu Ihnen und sagen, ich gehe jetzt in die Ernährungsberatung, weil so will ich nicht mehr weitermachen, ich bin zu dick und das hat solche und solche Folgen, gesundheitlicher Natur, also eingeschränkt. Was sagen Sie da in den meisten Fällen, was ist der Grund? Ist es der Stress, ist es, ich weiß nicht, der falsche Umgang mit Geld, ist es die Unzufriedenheit im Beruf? Was ist denn der hauptsächliche Faktor dabei? Es ist mit Sicherheit dieses gesellschaftliche Problem, also das Wort Stress passt sehr gut hier in diesen Kontext. Stress bedeutet ein Zeit-Geld-Management, wir sprechen davon, ich habe keine Zeit, in Wirklichkeit tausche ich ja Zeit gegen Geld, daher habe ich also offensichtlich zu wenig Geld. Und dieser Mangel an freier Zeit, dieser Mangel an Zeit für ein virtuoses Leben, dieser Mangel, der ist mit Sicherheit einer der ganz, ganz großen Faktoren. Wenn Menschen zu Ihnen kommen, dann kommen Sie vermutlich ja nicht nur einmal, sondern Sie betreuen sich ja dann längerfristig. Was sind so Ihre Haupterfolge in der Beobachtung, in der langfristigen? Es ist sehr viel eine Mentalität, eine Charakterfrage. Aber gelingt es wirklich in der Umstellung, wenn jetzt ein 50-Jähriger zu Ihnen kommt, mit all diesen Problemen, die Sie als solche auch erkennen, die er vielleicht auch erkennt, aber etwas umzustellen mit eben über 50, wenn man immer so gelebt hat, so gearbeitet hat, ist ja nicht gerade ganz leicht. Ist vielleicht noch schwieriger, als einfach nur die Ernährung umzustellen. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Wir haben aber die Erfolge gesehen. Wir haben langfristige Erfolge gesehen. Wir haben in den letzten fünf Jahren, seitdem wir hier wesentlich konsequenter vorgehen, teilnehmen in unserer Ernährungsberatung, die tatsächlich das, was sie vor zwei Jahren erreicht haben, heute noch immer haben. Ich würde mal so meinen, dass dieses Ziel erreichen von dieser Figur, die man momentan hat, wegzukommen und eine bestimmte angestrebte Figur zu erreichen, ist leichter, wie diese angestrebte Figur zu erhalten. Also das ist sehr viel Kleinarbeit, die noch geleistet werden muss in den folgenden, nennen wir es jetzt fünf Jahre, in den folgenden drei Jahren. Wenn er in den ersten zwei Jahren diese Zielfigur erreicht hat, dass danach diese gehalten wird. Und sind Sie jetzt auch schon an dem Punkt angekommen, wo Sie sagen, das ist so, wie es ist, jetzt für mich genau das Richtige? Weil schlank sind Sie ja. Nein. Trotzdem nicht? Ich mache weiter. Ich habe vor, den Rest meines Lebens weiterzumachen. Ich glaube, wir sprechen von Entwicklung, also entwickle ich auch ich mich weiter. Welche Ziele verfolgen Sie da? Ich möchte in diesen fünf Säulen der Gesundheit trennen. Ich möchte meine Ernährung optimieren. Ich möchte mein Bewegungsverhalten wieder optimieren. Man hat in den letzten Jahren doch vieles verloren durch den Beruf eben auch. Ich will das wieder zurückholen. Ich möchte die Regeneration optimieren. Ich spreche im Buch von sogenannten aktiven Schlaf. Es gibt ja sogar das Power-Napping, also Fähigkeiten, die man entwickeln kann, dass man gerade für ein paar Minuten tief schläft. Können Sie das? So mittendrin? Teilweise. So wie es immer wieder empfohlen wird? Mittendrin nicht. Ja, aber teilweise gelingt es. Und ich möchte natürlich auch im Umfeld meiner Familie noch vieles optimieren, damit wir gemeinsam eben in eine gute Zukunft gehen können. Was verstehen Sie eigentlich unter aktivem Schlaf? Ich nehme mir vor, jetzt schlafen zu gehen, lege mich ins Bett, schlafe ein und wache zum gegebenen Zeitpunkt natürlich auf. Aber wenn Sie sagen, Sie wollen noch weiter optimieren und auch wieder mehr Zeit für Sport, Sie waren ja in Ihrer Jugend auch Leistungssportler, also ganz dorthin wird es nicht mehr kommen, aber einfach mehr Zeit zu haben, das bedeutet ja eigentlich weniger arbeiten. Woher wollen Sie sonst die Zeit holen? So ist es. Definitiv. Ich sehe also die Möglichkeit für meine Zukunft so, viele Menschen sprechen von Pension. Wann gehst du in Pension? Dann sage ich, ich werde nie in Pension gehen, sondern ich werde mich einfach, wie man im Amerikanischen auch sagt, ich werde mich zurückziehen. Ich werde mich beruflich immer weiter zurückziehen. Und ich habe an einem Verdienstkonzept für mich auch gearbeitet, wo ich eben aus der Arbeit, die ich heute mache, in Zukunft immer noch Geld verdiene, so dass ich meine eigene Pension, also die Rente, mir selbst bezahlen kann und nicht angewiesen bin auf irgendwie eine staatliche Unterstützung oder gar auf die Unterstützung meiner beiden Töchter. Also wenn man Ihnen so zuhört, muss man sagen, eigentlich der Titel dieses Buches ist ein Understatement. Die Diätmachtik ist zwar interessant und klingt provokant genug, um auch dazu zu greifen, aber was Sie anbieten, sind ja eigentlich Lebensmodelle zu einer klugen Lebensführung, die dann auch mit entsprechender Bewegung gekoppelt den Menschen schlank erhält. Ganz sicher, ganz sicher. Ich bin überzeugt davon, dass wir bislang in den letzten Jahrzehnten viel zu isoliert nur über ein paar Themen gesprochen haben, über Nahrungskompositionen, über Rezepte, über Kochrezepte. Das ist schön, das ist wunderbar, aber das ist nur ein kleiner Teil von all dem, was notwendig ist, um eine optimale Gesundheit, um eine optimale Ernährung zu haben. Also ein Faschingskapfen zum Beispiel ist sicherlich nach dem Buch her keine optimale Ernährung, und man fragt sich, was haben wir vorher gegessen, was werden wir nachher essen, was ist die Uhrzeit. Ich finde, es ist passend. Ich glaube, wir können den Faschingskapfen mit gutem Gewissen nehmen, weil das Entscheidende an der ganzen Sache ist ja nur, was machen Sie, wie oft am Tag, wie oft in der Woche, wie oft im Jahr. Vielen Dank, Herr Doktor. Ich glaube, Sie sind wirklich das beste Beispiel für all das, was Sie predigen. Sie leben es auch. Dankeschön.